Herzlich willkommen in Genf, herzlich willkommen bei einer absoluten Granate dieses Autosalons und zwar dem Brabus 850. Basis für dieses Auto ist ein S Coupé von Mercedes und zwar die AMG 63 Version. Die hat einen 5,5 Liter Biturbo unter der Haube, der hier hat aber 6 Liter und dementsprechend kann der auch ein bisschen mehr. Die Zahl am Heck, die deutet es schon an. In schwarz gehalten steht der 850 und genau so viel PS hat dieses Auto auch. In der Serie sind es 585, der hier wie gesagt mit 850 PS und die bringen den Wagen in dreieinhalb Sekunden auf Tempo 100. Das Schöne ist, der Vortrieb, der endet erst bei 325 kmh mit dieser Radreifenkombination. 350 gibt Brabus offiziell an und auf dem Tacho stehen die inoffiziellen 400 kmh. Apropos innen, da sollten wir auch nochmal reinschauen. Es ist sehr dunkel hier drin, das liegt daran, weil Brabus den gesamten Innenraum mit schwarzem Leder eingekleidet hat. Das gibt es natürlich in der Serie auch nicht. Kann man sich aber aussuchen, muss man nicht machen. Man könnte es auch in weiß halten oder in blau, das ist Brabus völlig egal. Da kann man dann als Kunde selber entscheiden. Dazu kommen 216, ich wiederhole nochmal, 216 Zierteile, die in diesem Auto hier alle in diesem Shadow Gold verbaut sind. Auch das Shadow Gold ist eine Sache, die muss man nicht machen. Man kann das auch in blau, grün oder gelb halten. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Ganze hier dann doch ein bisschen Geld kostet. Also Brabus gibt an, rund 350.000 Euro sollte man schon auf den Tisch legen. Das kommt dann immer ein bisschen drauf an, was man hier haben möchte. Allein diese Sessel hier, das ist wie eine Couch, auf der man sitzt. Also ich glaube, das ist sein Geld wert. Die Frage ist nur, wer kann sich das leisten? Sicherlich so ein paar Scheichs in den Emiraten, Rapstars wie Jay-Z oder auch der ein oder andere englische Fußballprofi könnte sich dieses Auto mal genauer anschauen.